Seit dem 1. September gilt die Energieeinsparverordnung. Heißt, öffentliche Gebäude wie Rathäuser und Museen dürfen maximal auf 19 Grad geheizt werden. Vorher waren es 20 Grad. Das könnte bald auch für private Büros gelten. So steht es laut NTV zumindest in einem Entwurf der Europäischen Kommission. Was aber tun, wenn es im Büro der eigenen Ansicht nach zu kalt ist? Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Kältefrei. Trotzdem darf die Bürotemperatur laut Arbeitsstättenverordnung nicht der Gesundheit schaden. Abhängig von der körperlichen Beschäftigung muss der Arbeitgeber unterschiedlich heizen. Bei klassischer Büroarbeit im Sitzen müssen es Minimum 20 Grad sein. Bei leichten bis mittelschweren Tätigkeiten im Gehen, Stehen oder Sitzen 17 bis 19 Grad. Und bei schwerer körperlicher Arbeit im Gehen oder Stehen mindestens 12 Grad. Kantinen, Pausenräume und Erste-Hilferäume dürfen nicht kälter als 21 Grad sein. Und in Waschräumen und Duschen gilt 24 Grad. Frieren die Beschäftigten trotzdem, muss der Chef sich darum kümmern, dass sie es nicht mehr tun. Dafür kann er zum Beispiel mehr Kleidung bereitstellen oder zusätzliche Heizkörper. Beschäftigte, die wegen der Kälte ihre Arbeit verweigern, können im schlimmsten Fall gekündigt werden, sofern der Arbeitsplatz kein Risiko für ihre Gesundheit darstellt.